Es ist der frühe Herbst 2024. Im Landtag von Thüringen tritt der neu gewählte Ministerpräsident ans Rednerpult, um seine erste Regierungserklärung abzuhalten. Es ist der AfD-Politiker Björn Höcke. Höcke spricht darüber, was er sich mit seiner Regierung für die kommenden fünf Jahre vorgenommen hat und über die wichtigsten Eckpunkte seines Programms. Schnell wird klar, Thüringen und damit auch Deutschland werden sich in der kommenden Zeit radikal verändern. Natürlich ist das nur ein fiktives Szenario und bis zur Landtagswahl in Thüringen und in zwei weiteren ostdeutschen Bundesländern dauert es noch eine Weile. Aber so erfolgreich wie jetzt war die AfD noch nie im Osten. Schafft sie es 2024 zum ersten Mal dort bei einer Wahl stärkste Partei zu sein? Und könnte sie sogar regieren und Ministerpräsidenten stellen? Darum geht's jetzt. Wer meinen Kanal hier schon etwas länger verfolgt, der wird sich vielleicht fragen, habe ich ein Déjà-vu? Ein Video über eine mögliche AfD-Regierung im Osten? Gab's das nicht schon mal? Ist das hier vielleicht ein Reupload? Nein, ist es nicht. Tatsächlich habe ich vor fast genau einem Jahr schon mal so ein Video gemacht. Aber seitdem hat sich einiges verändert. Die Ausgangssituation. Die Zahlen sind anders. Und dann gibt es da eventuell eine neue Partei, die für die AfD gefährlich werden könnte. Aber fangen wir mal ganz von vorne an und schauen uns diese Grafik hier an. Da sehen wir, so würden die Menschen in Ostdeutschland wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Also in allen ostdeutschen Bundesländern, inklusive Berlin. In Auftrag gegeben hatte diese Umfrage das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und das Ergebnis ist eindeutig. Mit Abstand stärkste Kraft im Osten ist die AfD. Acht Prozentpunkte Vorsprung vor der CDU. Und auch wenn man in die einzelnen Bundesländer schaut, dann sieht es nicht anders aus. In allen drei Ländern, in denen 2024 gewählt wird, also Brandenburg, Sachsen und Thüringen, liegt die AfD an der Spitze. Und kommt auf mindestens ein Drittel aller Stimmen. Die einzige Partei, die noch einigermaßen mithalten kann, ist die CDU. Dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD in zwei von drei Bundesländern, in denen 2024 gewählt wird, inzwischen als gesichert rechtsextrem einstuft, ändert daran überhaupt nichts. Im Gegenteil. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen ist der Zuspruch weiterhin groß. In Thüringen hat die AfD seit der Einstufung als gesichert rechtsextrem 2021 sogar rund zehn Prozentpunkte in den Umfragen zulegen können. Keine Frage. Die AfD ist in Deutschland auf einem Erfolgskurs. Im Landkreis Sonneberg in Thüringen stellt sie seit knapp einem halben Jahr sogar einen Landrat und in Ragun-Jessnitz in Sachsen-Anhalt den ersten hauptamtlichen Bürgermeister. Dazu kann die AfD im Osten auch finanziell einiges ausrichten. Wegen vergleichsweise hoher Stimmenanteilen bei vergangenen Wahlen, entsprechenden Mitgliederzahlen und Spenden kommt die AfD laut dem aktuellsten vorliegenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2020 zum Beispiel in Sachsen auf Gesamteinnahmen in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. In Thüringen sind es mehr als 900.000 Euro. Dazu kommt die Möglichkeit, Projekte über die Bundespartei zu finanzieren. Und wie gesagt, die Zahlen sind für das Jahr 2020. Inzwischen dürften die Kassen in den ostdeutschen Bundesländern noch mal deutlich voller sein. Der Osten ist strategisch für die AfD sehr wichtig. Hier hat die Partei ihre Basis und einige ihrer treuesten Anhänger. Aber reicht das alles aus, um 2024 die Macht zu übernehmen? Könnte die AfD zum Ende des Jahres in einem oder in mehreren Bundesländern Regierungspartei werden? Schauen wir uns zuerst mal an. Erstens, was spricht dafür? In erster Linie natürlich die Zahlen. Die AfD ist in allen drei Bundesländern stärkste Kraft und liegt bei mehr als 30 Prozent. Tendenz immer weiter steigend. Wie könnte sie das nutzen, um zu regieren? Letztendlich gibt es da zwei Möglichkeiten. Erstens, eine Koalition mit der CDU. Alle anderen Parteien scheiden grundsätzlich aus. Da ist eine Zusammenarbeit absolut unrealistisch. Die Parteien haben sie schon entsprechend geäußert. Die CDU betont auch immer wieder, sie hätte eine Brandmauer gegen die AfD errichtet. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnet die Partei als Feind der CDU. Und obwohl es in der Vergangenheit vor allem auf lokaler Ebene durchaus Zusammenarbeiten zwischen CDU und AfD gegeben hat, teilweise auch Zusammenarbeiten einzelner Politiker, bisher hält die Brandmauer einigermaßen stand. Aber die Frage ist, wie lange noch? In dem Video, das ich vorhin erwähnt habe, oben auf dem i verlinkt, erfahrt ihr mehr zu einer möglichen Koalition aus AfD und CDU. An dieser Stelle nur kurz zusammengefasst. Je nachdem, wie eine Wahl ausgeht und wie wichtig der CDU eine Beteiligung an der Regierung ist, könnte die Brandmauer fallen. Alleine schon Koalitionsverhandlungen wären für die AfD ein großer Erfolg. Und klar ist auch, in allen drei Bundesländern würde es eine deutliche Mehrheit für beide Parteien geben. Sollte das am Ende aber nicht klappen, wäre dann noch Option Nummer zwei. Eine Minderheitsregierung der AfD. Entweder geduldet von der CDU oder aber sogar gegen die CDU. Und gegen alle anderen Parteien. Je nachdem, wie gut die AfD bei den Wahlen abschneidet und wie schlecht die anderen Parteien, könnte es am Ende sein, dass die AfD den Ministerpräsidenten stellen kann. Und nur um das kurz erwähnt zu haben, möglich ist natürlich auch eine Regierung, wenn die AfD die absolute Mehrheit bekommt. Aber das ist unrealistisch. Könnte es denn tatsächlich zu einer Regierung der AfD kommen? Das ist schwierig vorherzusagen. Aber zumindest momentan spielt vieles in die Karten der AfD. Und das hat vor allem mit der Bundesregierung zu tun. Die Ampelkoalition steht in der öffentlichen Wahrnehmung extrem schlecht da. Noch nie hatte ein Bundeskanzler so negative Umfragewerte wie Olaf Scholz von der SPD momentan. Das zeigt sich vor allem im Osten. Wäre jetzt am Sonntag Bundestagswahl, dann würde die AfD allein auf sieben Prozentpunkte mehr kommen als alle drei Regierungsparteien zusammen. So deutlich ist bisher noch keine Umfrage ausgefallen. Und wenn man in den einzelnen Bundesländern im Osten schaut, dann ist es teilweise doch extremer. In Thüringen kommt die Ampel zusammen auf nur halb so viele Stimmen, nämlich 17 Prozent wie die AfD allein. Die FDP könnte sogar aus dem Landtag fliegen. Und auch wenn man berücksichtigt, dass die Grünen fast schon traditionell im Osten eher schwach vertreten sind, steht die Ampel insgesamt sehr schlecht da. Sowohl die SPD als auch die FDP verlieren massiv an Zustimmung. Und von dem Protest, der damit verbunden ist, profitiert momentan hauptsächlich die AfD. Auch das spricht dafür, dass sie im Herbst erfolgreich abschneiden könnte. Dazu kommt, dass die AfD es geschafft hat, sich ein Image als Partei des Ostens aufzubauen. Etwas, was bis vor einiger Zeit eher die Linke für sich beanspruchen konnte. Durch geschickte Arbeit in den Kommunen und Präsenz in sozialen Netzwerken wird die AfD von immer mehr Menschen als Partei gegen die da oben wahrgenommen. Dabei kann die AfD auch auf eine generelle Unzufriedenheit vieler Menschen im Osten mit dem politischen System aufbauen. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video, das ich oben auf dem i verlinkt habe. Das beschäftigt sich etwas genauer mit dieser Situation. Also, was für eine Machtübernahme der AfD im Osten spricht, ist die allgemeine Stimmung in den Bundesländern, die Schwäche der Ampelkoalition und eventuell die Option einer Minderheitsregierung oder noch eventueller einer Koalition mit der CDU. Aber reicht das schon aus oder nicht? Und damit sind wir bei der nächsten Frage, was spricht dagegen? Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick gut für die AfD aussehen, muss man sagen, immer noch rund zwei Drittel der Wahlberechtigten im Osten würden sie nicht wählen. Und von den Parteien, für die sich diese Menschen entscheiden, will keine eine Koalition mit der AfD eingehen. Und solange die Konkurrenz zusammen noch so stark ist, wird es für die AfD mit einer Regierungsbeteiligung schwierig. Ein wichtiger Faktor könnte dabei ausgerechnet eine Partei sein, die es bisher noch gar nicht gibt. Zumindest nicht offiziell. Nämlich die Partei von der ehemaligen linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Die ist im Oktober zusammen mit einigen anderen aus der Linken ausgetreten und hat angekündigt, Anfang des kommenden Jahres eine neue Partei an den Start zu bringen. Das Ziel ist dabei, nicht nur im Juni 2024 bei der Europawahl anzutreten, sondern auch bei allen drei Landtagswahlen im Osten 2024. Ob das tatsächlich klappen könnte, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Ihr werdet es erahnt haben, das findet ihr oben auf dem i verlinkt. Sagen wir mal so, es wird schwierig, aber komplett unrealistisch ist es nicht für Sarah Wagenknecht. Und erste Umfragen deuten darauf hin, für wen diese Partei besonders gefährlich werden könnte. Und das ist die AfD. Zahlen gibt es bisher für Thüringen und für Brandenburg. Würde eine Wagenknecht-Partei 2024 in Thüringen bei der Landtagswahl antreten, dann wäre sie aus dem Stand heraus stärkste Kraft. Das zumindest sagt das Meinungsforschungsinstitut INSA. Demnach könnte die Partei mit 25 Prozent aller Stimmen rechnen, die AfD dagegen nur mit 22 Prozent. Diese Zahlen sind allerdings noch aus dem Sommer. Aktueller sind Umfragewerte aus Brandenburg. Auch hier hat INSA eine Umfrage durchgeführt im Auftrag der BILD und Ende November festgestellt, aus dem Stand käme eine Wagenknecht-Partei auf 11 Prozent in Brandenburg. Die AfD wäre mit 27 Prozent zwar immer noch stärkste Kraft, allerdings nur noch leicht über ihrem Ergebnis bei der letzten Landtagswahl und fünf Prozentpunkte schwächer als bei der vorletzten Umfrage. Das wiederum würde es für die AfD sehr schwierig machen, sich allein gegenüber den anderen Parteien zu behaupten. Das heißt, sollte Sarah Wagenknecht es tatsächlich schaffen, in allen drei Bundesländern mit einer Partei anzutreten, dann würde das wohl vor allem die AfD Stimmen kosten. Und damit die Chance auf eine Regierungsübernahme automatisch verkleinern. Dazu kommt, der einzige potenzielle Koalitionspartner CDU steht voraussichtlich nicht zur Verfügung. Ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet. Denn trotz diverser Annäherungen in den Bundesländern zwischen einzelnen Teilen der CDU und der AfD ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich die CDU in irgendeinem der Bundesländer auf eine Koalition mit der AfD einlässt. Der CDU-Generalsekretär Linnemann sagt zum Beispiel, Zitat, Ähnlich haben sich auch schon andere führende Leute aus der CDU geäußert, sowohl aus dem Westen als auch aus dem Osten. Und selbst wenn Teile der Landesverbände der CDU das anders sehen würden, eine Koalition mit der AfD würde die Partei komplett zerreißen. Das hat man auch schon gemerkt, als CDU-Chef Friedrich Merz vor einigen Monaten mal angedeutet hatte, dass man ja in bestimmten Fällen doch irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten könne, vielleicht auf kommunaler Ebene. Da gab es dann direkt heftigen Gegenwind aus der eigenen Partei und Friedrich Merz musste zurückrudern. Die einzige Option, die für die CDU ganz vielleicht tragbar wäre, auch wenn das niemand offiziell sagt, wäre eine Minderheitsregierung, die auch von der AfD geduldet wird. Aber auch das könnte innerhalb der Partei für Schwierigkeiten sorgen und vor allem wäre die AfD dann höchstens indirekt an der Macht beteiligt, weil sie ihre Zustimmung an verschiedene Bedingungen knüpfen könnte. Und der letzte Punkt ist, Umfragen sind das eine, tatsächliche Wahlergebnisse das andere. Immer wieder war es in der Vergangenheit so, dass bei Umfragen aus Protest andere Parteien angegeben worden sind, als die Leute dann später tatsächlich gewählt haben, wenn sie überhaupt zur Wahl gegangen sind. Und auch das ist ein entscheidender Punkt. Bei den letzten Landtagswahlen in den drei Bundesländern haben jeweils nur rund zwei Drittel der Wahlberechtigten auch wirklich ihre Stimme abgegeben. Unter den Nichtwählern waren dabei viele Menschen, die mit der Politik und dem politischen System allgemein unzufrieden sind. Der Politikwissenschaftler Eberhard Holtmann, der dazu seit vielen Jahren forscht und die Hintergründe von Nichtwählern in Sachsen-Anhalt untersucht hat, sagt, Unter Nichtwählern ist die Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie größer, das Misstrauen in Politik und Politiker stärker und auch das Gefühl, subjektiv auf Politik nicht Einfluss nehmen zu können, deutlicher ausgeprägt. Das heißt, eine Personengruppe, die am ehesten, wenn sie denn dann doch wählt, zu AfD tendiert. Aber dafür müssen die Menschen eben erst einmal zur Wahlurne gehen. In einer Umfrage äußern sie sich vielleicht, am Wahltag bleiben sie aber eventuell zu Hause. So vermuten es zumindest Beobachter, wenn es dann um das endgültige Wahlergebnis geht. Und was bedeutet das jetzt insgesamt? Kann die AfD 2024 regieren? Grundsätzlich ja, sie könnte. Eventuell. Allerdings wird es für die Partei sehr schwierig, solange die anderen Parteien nicht vollkommen einbrechen. Und noch schwieriger dürfte es werden, wenn Sarah Wagenknecht mit einer neuen Partei antritt. Was man aber auch sagen muss ist, durch die AfD wird es im Osten immer schwieriger Mehrheiten zu finden für alle Parteien. In Thüringen hat das vor einigen Jahren schon mal fast zu einer Neuwahl geführt. Auch dieses Mal drohen unklare Verhältnisse, nicht nur in Thüringen, sondern zum Beispiel auch in Sachsen. Letztendlich könnte es sein, dass drei oder sogar vier Parteien eine Koalition bilden müssten, um gemeinsam gegen die AfD anzukommen. Davon könnte dann wiederum die AfD profitieren. Also, Regierungsbeteiligung eher unwahrscheinlich, Einfluss ja, und zwar wachsend. Egal ob in Brandenburg, Sachsen oder Thüringen. Was denkt ihr denn? Wie wird sich die Situation weiterentwickeln? Und haltet ihr eine AfD-Regierung in einem ostdeutschen Bundesland für wahrscheinlich? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr noch ein Video zu der Frage, ob die AfD verboten werden könnte. Das ist ja eine Forderung, die man immer wieder hört. Und eins darüber, wer eigentlich genau die Nichtwähler sind. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.